So, da sind wir wieder. Kleine Aufnahmepause für mich gewesen. Selber krach, bloß ein bisschen später. So, wir wollten hier unten weitermachen. Dann lassen wir uns nicht aufhalten und laufen mal gleich hin. Tja, während sich das Gebüter da ein bisschen rumgemobelt hat, hab ich mal in die Aufnahme reingehört. Und ja, das Gebüter wird ziemlich gut rausgefiltert. Leider ich auch. Nicht ganz so praktisch. Denke ich jeweils. Also wenn es gerade donnert, dann bin ich auch irgendwie ziemlich entweder ganz leise oder sogar ganz weg. Ja, das ist jetzt so eine Stunde später. Ich habe die Zeit genutzt, um kurzen Haben zu essen, Kaffee zu trinken. Ja. Aber wie gesagt, ich brauche noch Folgen. Heute ist so ziemlich der einzige Tag, wo ich aufnehmen kann. Ja. Was wollte ich davor erzählen? Ich glaube, wegen der Hellaufnahme, ja. Da freue ich mich, wie gesagt, immer drauf. Und, naja. Das wäre schade, wenn ich heute nicht aufnehmen könnte. Nur wegen so ein bisschen schlecht Wetter. Und noch mit den richtigen. Oh, nicht mehr derselbe. So, dann denke ich mal auf, ähm, den Bahnhof hier. So, dann möchte ich nochmal ganz kurz unterbrechen. Da hat sich ein Hüsterchen angekündigt. Oh ja, ja. Wollte ich jetzt nicht nachträglich ausschneiden. Das ist nämlich auch irgendwie immer so. Und praktisch. Kopieren wir den nochmal ein bisschen besser. Einfach mal so. Also, das ist nicht� �. Und ich habe das nicht mehr so. Ich darf jetzt auf's Schatten. Und ich martige, dass ich noch was. Und ich habe auchTT. Ich habe das nicht mehr so. Du wie ist schon FPSen. Ich habe das nicht mehr als scheiwill Notrebe. Und ich mache das nicht mehr so. Vielen Dank. Ach hier hängt nur der zu, das passt doch. Dann können wir auch gleich nochmal von hier runter. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, das war einfach ein bisschen länger. So, wie sieht das aus mit den... Wir brauchen Uran, hm, klar. Und wir brauchen kein Kupfer. Hier, haben wir es geschafft, es so abzufangen. Wir wollten gleich noch Stein anschließen. Wir brauchen... Wir brauchen... Und unten sind echt die Fließbahnen ausgegangen. Hier, ich... Das passt schon wieder selber. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Ja, ich denke, macht es viel Zeit in die Basis zurückzukehren. Dann nicht... Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja begeistert. Ohjejeje. Keine Züge. Immer dieser Herzinfarkt, wenn er hier über den Kreisel rummust. Oh, ich muss sogar noch ein bisschen was produzieren. Energie ist momentan in Ordnung, aber da müssen wir uns wirklich mal umkümmern. Das Kraftwerk reicht irgendwie nicht mehr. Das muss dann irgendwo brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Könnte ja auch nicht ein bisschen Landfill verwenden, aber brauchen irgendwo ein großes Areal, wo wir mal so einen richtig großen Reaktorkomplex aufbauen können. Das Doppeltier hiervon wäre schon ganz praktisch. Ja. 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 so wie gesagt wir schließen noch die beiden sachen an und dann immer uns und das kupfer kümmern das können ja schon mal grüßen werden ja die können sich ja schon mal drum mitmachen ja die können sich ja schon mal drum mitmachen und wir müssen ja also kupfererz schmelze bauen die das logistiksystem ganz reichen irgendwie drei öfen oder so ich hab's aus dem augenwinkel gesehen es gibt es doch nicht wisst ihr was ich renne hier oben hin aber ohne euch das erspare ich euch jetzt mal weil das wird nicht so weit er dauert also dann bis gleich so da sind wir wir müssen jetzt ein bisschen ganz kurz umbauen also konstante brauche ich ich habe es nicht mehr ich habe es nicht mehr dass wir hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie machen wir das am einfachsten? Wie machen wir das am einfachsten? Wie machen wir das am einfachsten? Ja, ich könnte einfach Longreach ein bisschen weiter forschen. Darf ich bis in die Mitte? Ja, ne. Okay. Würde trotzdem funktionieren? Ich denke mal, was ist denn jetzt schon wieder los? Nicht auf den Schienen gucken. Hm. Nicht da in der Nähe. Komm, wir müssen da mal kurz gucken. So, wir brauchen Mauern. Schütztürme. Band. Und. Greifarmor. Danke. Greifarmor. Und Repair. Danke. 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 Und wir wollen bessere Munition. Danke. 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 wir haben grüne munition eigentlich müssen wir das hier auch machen aber so jetzt habt ihr alles hier was ihr braucht eigentlich hattet ihr das schon hier so jetzt können wir uns aber eigentlich darum was wir eigentlich machen wollten wir wollten dass sie zu ende baut und cola anschließen und das machen wir auch noch diese folie egal wie lang das dauert scheiß auf vorproduktion wir machen das jetzt fertig wo haben wir das andere stein vorkomm ich glaube ich habe keine ahnung da ist eins aber was haben wir angezapft gut es war stimmt was ist so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber suchen sie jetzt auch auf alle fälle besser als überfahren werden ich glaube das ist immer besser gut aber wie gesagt beim nächsten mal bauen wir unten weiter also dann bis dann